Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zur Profiliga bei Gran Turismo Sport mit diesen super coolen Formel 1 Wagen, diesen F1500, dieses Meisterschaftsrennen. Hier drei Rennen muss man fahren und jeweils zehn Runden. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt gleich durch, gehen Vollgas hier bei diesen super coolen Rennen und ich wünsche euch viel Spaß bei den drei Rennen. Ja, dann läuft das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den 10 Runden und ich melde mich nochmal zurück, wenn das Rennen kurz vor der Ziellinie, also in der 10. Runde, wenn es kurz vorm Ende ist. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020